Wir hoffen natürlich auf ein gesundes Kind. Wir haben natürlich darüber geredet, was wir machen würden, aber ich weiß nicht, ob ich es abgetrieben hätte. Wenn man schwanger ist und ein Kind bekommt, ändert sich das ganze Leben. Und es wird sicher nicht so, wie in den Büchern steht. Sehnsucht nach Sicherheit. Jede Menge Untersuchungen. Und jetzt die Revolution. Ein Gencheck des Ungeborenen aus dem Blut der Mutter. Das ist erstmalig tatsächlich in der Geschichte der vorgeburtlichen Diagnostik ein neues Zeitalter. Ist eigentlich die Schwangere berechtigt, das ganze Wissen um Veränderungen im Erbgut ihres Kindes wirklich wissen zu dürfen? Das gab es in der ganzen Menschheitsgeschichte nicht, dass einfach eine Art Mensch, wenn man so will, ausgerottet wurde. Nur noch gesunde Kinder? Dank der neuen Technologie? Beim Kinderkriegen erleben wir einen Umbruch wie nie zuvor. Alexandra und Marco erwarten ein Kind. Und dabei werden wir sie begleiten. Vor ihnen liegt eine aufregende Zeit. Ich habe bis jetzt zwei Töchter von siebeneinhalb und fünf Jahren und bekomme jetzt mein drittes Kind. Es wird aller Voraussicht nach ein Junge, was mich natürlich sehr neugierig macht, was sich jetzt dadurch verändert. Vorfreude. Aber auch die bange Frage, ist alles in Ordnung? Ich wünsche mir natürlich, wie alle Eltern auch, ein gesundes Kind. Ich habe ja zwei fantastische, gesunde Kinder und hoffe, dass es so gut geht wie die zwei Male zuvor. Beim ersten Kind war sie schon Ende 20. Damit liegt sie voll im Trend. Frauen werden bei uns immer später Mutter. Je älter sie werden, desto höher ist aber auch das Risiko für eine Behinderung beim Kind. Bei meinen Töchtern war ich ja noch etwas jünger. Da hat sich diese Frage nicht so aufgedrängt mit diesen Fruchtwasseruntersuchungen und pränatalen Diagnostik-Sachen. Jetzt bin ich ja 35, also an der magischen Grenze zur Risikopatientin und habe mir da schon tiefer schürfende Gedanken dazu gemacht. Aber wir haben das alles eigentlich abgelehnt. Wir hoffen natürlich auf ein gesundes Kind. Und wenn es nicht gesund ist, dann müssen wir das auch schaffen. Auf Alexandra kommt noch einiges zu. Freude und Lachen, aber auch Angst und Schmerzen. Wird sie ihre Entscheidung bereuen, es einfach drauf ankommen zu lassen? Silke und Sebastian können sich das nicht vorstellen. Sie erwarten auch ein Kind. Sie wollen dabei aber, wie die meisten werdenden Eltern, auf Nummer sicher gehen. Ich bin 36 Jahre alt, habe eine Tochter, die ist vier und kriege jetzt mein zweites Kind. Die Schwangerschaft war beim ersten besser. Grün? Ja. Also ich war jetzt besorgter, weil ich mehr nachdenke. Man ist, denke ich, immer besorgt, wenn man schwanger ist, ob alles gut geht, ob alles gesund ist. Emmas ungeborenes Geschwisterchen wollen sie deshalb möglichst genau untersuchen lassen. Ich liege ja im Risikobereich. Ab 35 ist es bei Frauen nun mal so, dass die Behinderungen öfter vorkommen, prozentual. Und da wollten wir uns einfach absichern, dass, wenn was wäre, man vielleicht noch die Möglichkeit hat oder sich darauf vorbereiten kann. Bald wollen sie mit Kind und Kegel umziehen, in ein Häuschen mit Garten. Da sitzt das Geld nicht locker. Trotzdem haben sie sich für den neuen Bluttest entschieden. Ein teurer Test, der knapp 1000 Euro kostet. Ich hatte die normalen Ultraschalluntersuchungen, die man halt hat. Und von dem Test habe ich gelesen in der Zeitschrift. Und weil ich selber Arzthelferin bin, habe ich auch davon erfahren. Damals bei Emma gab es das ja noch nicht, habe ich mir noch nicht so große Gedanken gemacht. Und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich wenigstens die Krankheiten ausschließen kann. Das ist natürlich nicht alles, was sein könnte, aber dass wenigstens mal das Down-Syndrom und die anderen ausgeschlossen sind. Sie soll die Behinderungen ausschließen. Saskia Biskup. Sie ist Ärztin, Humangenetikerin. Ihr Job? Sie schaut sich das Erbgut von Menschen an, um zu sehen, welche genetischen Risiken es für bestimmte Erkrankungen gibt. Dabei geht es oft um den geplanten Nachwuchs der Ratsuchenden. Meist bleibt es bei einer einfachen Analyse solcher Chromosomensätze. Manchmal werden aber auch Teile des Erbguts sequenziert, damit man es wirklich lesen kann. Eine Technologie, die sie fasziniert. Ich persönlich bin ein sehr neugieriger Mensch. Das heißt, ich werde wahrscheinlich demnächst auch mich komplett sequenzieren und auch mein Mann. Und ich denke, wir würden auch in einer vorgeburtlichen Situation das komplett in Anspruch nehmen. Ich würde ungern überrascht sein und ich würde einfach gerne wissen, womit man zu rechnen hat. Und ja, das wäre mein Weg, mein persönlicher Weg. Im Labor werden die genetischen Untersuchungen durchgeführt. Etwa die Analysen des Fruchtwassers von ungeborenen Kindern. Bisher die Standardmethode, um genaue genetische Informationen für werdende Eltern zu bekommen. Schwangerschaft ist natürlich eine besondere Situation. Jetzt werden sie betreut während der Schwangerschaft. Jetzt gibt es einen auffälligen Ultraschall, ein auffälliges Erststrimesterscreening. Jetzt haben sie plötzlich die Situation, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und in der Situation kommen die Ratsuchenden zu uns. Und wir sind eigentlich dazu da, dass wir eine Diagnose erstmal stellen. Dass wir einen Verdacht begründen. Und davon hängt natürlich dann ab, auch welche Entscheidungen man trifft. Bei Silke und Sebastian ist sie, um den neuen Bluttest zu machen. Ausnahmsweise als Hausbesuch. Wir sind jetzt heute zu Ihnen gekommen, um mit Ihnen den Intoprenatest durchzuführen. Sie haben sich für diesen Test entschieden. Warum haben Sie sich dafür entschieden? Weil bei der Fruchtwasseruntersuchung ist ja so, dass ein Risiko fürs Baby da ist. Wird vielleicht angepiekst, kann abgehen. Nee, das mache ich nicht. Und ich habe auch Angst, ehrlich gesagt, ein bisschen vor der Nadel durch die Bauchdecke. Ist nicht so mein Ding. Und mit diesem Brenatest gibt es jetzt eine neue Methode, mit der man kindliches Erbgut aus dem Blut der Mutter untersuchen kann. Und deswegen sind wir heute hier, dass wir werden Ihnen Blut abnehmen. Und es ist so, dass dieser Test natürlich nicht alle erblichen Erkrankungen erfasst, sondern wirklich nur einen ganz kleinen Teil. Diese Trisomie 13, 18, 21. Das wissen Sie. Sie wissen, dass Sie den Test selber bezahlen müssen. Der wird noch nicht von den Krankenkassen übernommen. Dann dauert es ungefähr zwei Wochen. Und dann treffen wir uns aber wieder, weil wir dann mit Ihnen zusammen das Ergebnis besprechen und Ihnen erklären, was dabei rausgekommen ist, was es für Sie bedeutet und was man eventuell dann unternehmen muss oder auch nicht unternehmen muss. Zwei Wochen. Dann entscheidet sich das Schicksal Ihres Kindes, je nachdem, welches Ergebnis der Bluttest bringt. Jetzt können wir nur abwarten. Ja. Mit der Erwartung, dass alles gut ist. Mit dem Baby. Ja. Auf jeden Fall. Und so funktioniert der neue Test. Ein menschlicher Embryo. Innerhalb weniger Wochen entwickeln sich seine Organe. Sein Herz pumpt und über die Nabelschnur fließt sein Blut zum Mutterkuchen. Dort wird es mit frischem Sauerstoff und Nährstoffen versorgt, die aus dem mütterlichen Blut stammen. Bei diesem Austausch im Mutterkuchen gelangen ständig Zellen des Kindes in den Blutkreislauf der Mutter. Wenn die Zellen zerfallen, wird das kindliche Erbgut freigesetzt und schwimmt im Blut der Mutter. Diese Bruchstücke können mit dem neuen Test analysiert werden. Auf solchen Chromosomen ist unsere Erbinformation gespeichert. Jedes Gen hat dort seinen Platz. Bei dem Test werden die Bruchstücke des Erbguts sortiert. Jedes Bruchstück wird dem Chromosom zugeordnet, aus dem es stammt. Findet sich zu viel Material von einem Chromosom, hat das Kind dieses Chromosom wahrscheinlich einmal mehr als üblich. Dreimal das Chromosom 21, eine Trisomie 21, das Down-Syndrom. Es möchte frei sein. Es möchte frei sein wie ein Fisch. Es möchte runtertauchen. Tief, tief. Mich in den Alken verstecken. Da pernen tauchen. Haie erschrecken. Erstmal hat man mir ja nicht gesagt, dass Juliana das Down-Syndrom hat. Die haben immer alle so getan, als wenn gar nichts wäre. Und dann die Prognose war dann eigentlich gewesen, dass ich froh sein darf, wenn sie mal laufen lernt. Und ansonsten darf ich nichts von ihr erwarten. Also gar nicht viel. Und meine Befürchtung war eigentlich immer so gewesen, dass sie dann eigentlich mich nie verstehen wird oder so. Dass sie immer irgendwo vielleicht so sitzen wird, so anteilnahmslos. Das war immer so mein Bild, was ich von ihr hatte. Hier ist der Eintritt zu der Bühne. Das sind meine Kollegen, die mitspielen heute. Danke, Bürgermeisterung. Maria Gotts. Und natürlich, persönlich. Danke, Lilith. Natürlich auch hier Maske. Hier wird es vorbereitet für die Vorstellung. Ich bin nicht der Bürgermeister. Ich bin gleich hier bespünkt. Hier ist die Treppenbühne mit Kippenrauch und Rutschmann. Also wenn ich sage, dass wir frei sind wie ein Fisch, dann ruhe ich da zweimal. Natürlich, also nochmal. Wir haben schon oft gespielt, aber ein bisschen nervös ist man schon vorher. Weil jetzt kommt die Spannung von den Zuschauern, aber ich bin daran gewöhnt. Ich bin eigentlich die Rappensau eigentlich, also wir alle natürlich. Juliana ist eine erfolgreiche Schauspielerin. Sie war schon in mehreren Spielfilmen zu sehen und arbeitet seit Jahren hauptberuflich am Theater. Ich habe eigentlich nie gedacht, dass Juliana so wird, wie sie heute ist. Also ich könnte mir keine schönere und keine bessere Tochter vorstellen, wie sie ist. Der neue Bluttest hat das Down-Syndrom im Visier. In Dresden ist die Technologie das Thema auf einer großen Konferenz der Humangenetiker. Denn bislang waren Genuntersuchungen am Ungeborenen immer mit einem riskanten Eingriff verbunden. Das ist erstmalig tatsächlich in der Geschichte der vorgeburtlichen Diagnostik ein neues Zeitalter. Wir blicken hier auf eine Möglichkeit, die uns ungeahnte Informationen über das ungeborene Kind geben, ohne dass wir dafür an das Kind selbst herantreten müssen. Und das ist schon eine radikale Erneuerung in der vorgeburtlichen Medizin. Gleichwohl sehen hier viele den Bluttest auch kritisch. Der zielt vor allem auf die Trisomie 21, weil sich das wirtschaftlich lohnt. Der Hersteller verdient. Die schlecht bezahlte Beratung bleibt dagegen an den Ärzten hängen. Und da gibt es vor allem ein Problem. Genetische Abweichungen wie das Down-Syndrom kann man nicht heilen. Im Hinblick auf Erkrankungen, die therapiert werden können, gibt es sowieso nur wenig genetisch bedingte Erkrankungen, wo man wirklich eine Therapie anbieten kann. Auch das ist, glaube ich, den Eltern vorher nicht wirklich bekannt. Sie können, wenn Sie einen Pränatalbefund haben, im Grunde nicht viel tun. Die Frage der Schwangerschaftsabbruche steht dann zur Diskussion. Und das ist für viele, die so einen Test in Anspruch nehmen, dann im Grunde die einzige Konsequenz. Für werdende Eltern der Albtraum. Schwangerschaftsabbruch, ja oder nein? Hilfst du mir? Eine ganz grundsätzliche Entscheidung, die jedes Paar, jede Frau für sich persönlich treffen muss. Alexandra hat sich damit intensiv auseinandergesetzt. Man sollte Fragen nicht stellen, deren Antwort man vielleicht nicht verkraften kann. Beziehungsweise, wenn ich die Antwort kenne, dass ich eigentlich nichts mache, außer dass ich die letzten 5 Monate weiß, dass ich ein behindertes Kind erwarte, dann hat das für mich keinen Sinn. Wir bekommen ein Kind. Und ob das Kind dann gesund ist oder krank ist, wird vielleicht auch die Natur mit eingreifen während der Schwangerschaft. Und wenn wir erfahren hätten, das Kind ist krank, dann hätten wir es trotzdem zur Welt gebracht. Und von daher hat es jetzt für uns keine Rolle gespielt. Alexandra und Marco wollen ihr Kind hier im Geburtshaus zur Welt bringen. Ohne Arzt, ohne Klinik. Nur mit ihrer Hebamme Sabine Clark, die seit Jahrzehnten Frauen bei der Geburt betreut. Ich denke, der Trend geht ganz stark dahin, immer mehr zu untersuchen, immer genauer und auch immer früher zu untersuchen. Und ich denke, Auswirkung ist tatsächlich, dass immer mehr Frauen sich immer weniger zutrauen, sehr früh eine Verbindung zu ihrem Kind aufzunehmen. Immer weniger sich trauen, auch wirklich so, wie man immer so schön sagte, guter Hoffnung zu sein, einfach zu vertrauen, dass es mit dieser Schwangerschaft gut gehen wird. Und hier seid ihr im Kindergarten immer. So geht es auch Silke. Vor gut zwei Wochen hat sie den neuen Bluttest gemacht. Das Ergebnis steht noch aus. Was sind das für Löcher da? Wo sind da Mäuse drin? Sie ist schwanger, es ist ein Wunschkind, aber es ist unklar, ob sie ihr ungeborenes Kind überhaupt jemals auf die Welt bringen wird. Was ist das da? Natürlich macht man sich Gedanken. Man ist natürlich angespannt. Man probiert es zu verdrängen, aber jetzt hoffen wir, dass es uns ein gutes Testergebnis bringt. Und dann sieht man weiter, falls was wäre. Die Stunde der Entscheidung naht. Für Silke und Sebastian geht es jetzt um alles. Um ihr Wunschkind, um ihr weiteres Leben. Die Humangenetikerin Saskia Biskup hat die Blutprobe analysieren lassen. Jetzt bin ich heute da, um Ihnen das Ergebnis zu übermitteln. So, jetzt sind Sie ein bisschen aufgeregt. Ja, also, ich habe Ihnen die freudige Mitteilung zu machen, dass der Brenatest komplett unauffällig ist. Es ergibt sich überhaupt kein Hinweis auf eine Trisomie 13 18 21. Ich freue mich natürlich, dass ich Ihnen das Ergebnis so mitteilen kann. Ich möchte trotzdem noch einmal darauf hinweisen, dass ja auch im weiteren Verlauf das beobachtet werden sollte. Und, also, es ist auch kein, nach wie vor kein Freifahrschein für ein gesundes Kind. Das haben wir auch anfangs besprochen. Aber, ja, jetzt können Sie sich erst mal zumindest freuen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben natürlich darüber geredet, was wir machen würden, aber ich weiß nicht, ob ich es abgetrieben hätte. Ob ich es ... Darüber haben wir uns jetzt nicht so Gedanken gemacht. Schon, aber ich hätte es jetzt nicht sicher sagen können, wäre der Test nicht positiv, also negativ gewesen, ob wir es gemacht hätten oder nicht. Eine Garantie für ein gesundes Kind ist das Testergebnis gleichwohl nicht. Von 100 Kindern, die geboren werden, haben 4 eine wie auch immer geartete, erblich bedingte Erkrankung. Von diesen 4 Kindern mit einer Abweichung können, durch die ganzen Untersuchungen, aber nur ein bis 2 entdeckt werden. Die anderen 2 werden übersehen. Die Tests sind unauffällig und trotzdem hat das Kind etwas. Absolute Sicherheit gibt es nicht. Bei aller Sorge sollten werdende Eltern aber nicht vergessen, 96 von 100 Kindern kommen einfach so gesund zur Welt. Die Pränataldiagnostik boomt trotzdem. Und das nicht erst seit der neue Bluttest auf dem Markt ist. Standard seit langem Ultraschalluntersuchungen. Dabei schauen die Ärzte vor allem nach dem Wachstum des Kindes. Aber auch die einzelnen Organe können beurteilt werden. Mitunter kann dann etwas für das Kind getan werden. Meistens führt die Pränataldiagnostik dazu, dass Ängste ausgeräumt werden und dass die Situation für das Kind optimiert werden kann und damit einfach mehr Gesundheit geschaffen werden kann durch das Ergebnis der Pränatalmedizin. Beim Ersttrimester-Screening werden einige Blutwerte bestimmt und die Nackenfalte per Ultraschall gemessen. Das kann Hinweise auf das Down-Syndrom bringen. Und auch der Fehlbildungs-Ultraschall sucht nach Behinderungen. Manchmal stellen wir allerdings Zustände oder Krankheiten fest, die so schwierig sind und so schwer zu vergreifen für die Eltern, dass ein Schwangerschaftsabbruch als Endergebnis herauskommt. Dass am Ende möglicherweise ein Schwangerschaftsabbruch steht, wissen auch Michael und Natalia. Auch sie erwarten ein Kind. Ich bin 38 Jahre alt. Das ist meine zweite Schwangerschaft. Und mein Sohn ist schon zehn Jahre alt. Also jetzt habe ich mich für ein zweites Kind entschieden. Und natürlich habe ich gewusst, dass in diesem Alter also gibt es ein erhöhtes Risiko, ein krankes Kind zu bekommen. Also zum Beispiel mit Down-Syndrom. Deswegen habe ich mich für diese Untersuchungen entschieden. Sie wollen eine Fruchtwasseruntersuchung machen lassen. Noch immer das Standardverfahren für genetische Untersuchungen des ungeborenen Kindes. Bis zum Ergebnis ist Natalia gewissermaßen schwanger auf Probe. Zu meinem ersten Kind habe ich sofort gefreut und habe im Kopf schon irgendwelche Vorstellungen gehabt. Was kaufe ich für ihn und so was. Und jetzt mache ich das nicht. Also bin ich irgendwie zurückhaltend. Weil ich weiß nicht, was auf mich kommt. Am Anfang steht eine normale Ultraschalluntersuchung. Dabei sucht Regina Rasenack bereits nach einer geeigneten Stelle für die Punktion. Im vierten Schwangerschaftsmonat ist das Kind bereits recht groß. Da ist das rechte Händchen. Das machen wir uns ein bisschen größer. Und dann sieht man hier den Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und Kleinfinger. Und der Daumen ist hier ziemlich nah am Mund. Und manchmal sieht man auch, wie das Händchen dann da tatsächlich in den Mund reingeht und das Kind um die Zeit schon am Daumen genuckelt. Dann kommt die Nadel. Nicht erschrecken, es gibt einen Fies. Ein bisschen unangenehm. Genau. Alles locker lassen. Normal weiter atmen. Jetzt nochmal einen Stich in der Tiefe. Schieben ein bisschen. Ich glaube, ich bin schon. Ja, ist alles gut. Kommt nichts Schlimmes mit. Das ist das Fruchtwasser, in dem das Kind in der Gebärmutter schwemmt. Darin finden sich Zellen des Kindes, die später im Labor genetisch untersucht werden können. Vorteil der Fruchtwasseruntersuchung? Es können alle möglichen genetischen Untersuchungen gemacht werden. Nicht nur einige wenige, wie beim neuen Bluttest. Der Nachteil, durch die Punktion kann eine Fehlgeburt ausgelöst werden. Gut. Das war's. Das Schicksal ihres Kindes hängt jetzt vom Ergebnis der Untersuchung ab. Nach der Fruchtwasserpunktion soll Natalia noch etwas ruhen. Vor den beiden liegt jetzt eine bange Wartezeit. In knapp zwei Wochen erst ist das Ergebnis da. Man muss entscheiden, einmal. Oder wird alles unnötig oder wird alles schlecht im weiteren Leben. Und ich habe Bekannte, die haben schon ein krankes Kind. Und wenn ich einfach mit dieser Familie Zeit verbringe, also sage ich, also leidet ganze Familie durch ein behindertes Kind. Also deswegen kann ich mir sowas für mich nicht vorstellen. Ich denke, das gute Recht der Eltern ist, rundum informiert zu sein, was auf sie zukommt in der Schwangerschaft. Und wenn sie sich entscheiden, nach guter Information, dass sie diese Schwangerschaft nicht weiter akzeptieren und austragen können, weil ihr eigenes Leben damit so verändert wird, dass es nicht mehr lebbar ist, dann denke ich, haben die Eltern auch ein Recht, sich für einen Schwangerschaftsabbruch zu entscheiden. Für solche Fragen von Leben oder Tod ist Christiane Wuppen Expertin. Sie ist Ärztin und Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Im Kern geht es um den Konflikt, das Leben des Ungeborenen zu schützen und auch das Leben der Frau zu schützen. Und zwar das Leben nicht nur im Sinne des biologischen Überlebens, sondern auch im Sinne ihrer persönlichen Integrität und ihrer Freiheit, ihr persönliches Leben zu führen. Schwerwiegende Entscheidungen. Wichtig deshalb, eine frühzeitige, gute Beratung. Und genau da liegt häufig das Problem. Ihre Studien zeigen, dass werdende Eltern oft nicht optimal beraten werden. Das lassen auch die Kommentare der befragten Ärzte erkennen. Fehlen eigentlich den meisten Patienten es nicht klar, was Pränataldiagnostik bedeutet. Ist das typisch? Ja, ich glaube, dass das eine weitverbreitete Einstellung von Gynäkologen ist. Dass Patientinnen das nicht so richtig verstehen können überhaupt, was da passiert. Was die Technik dahinter ist. Aber es geht ja um was ganz anderes. Es geht ja nicht darum, dass sie die Krankheiten in allen Einzelheiten verstehen. Das Interesse der Eltern geht ja darin zu erfahren, was würde so ein Leben mit so einem Kind für uns bedeuten. Wird es selbstständig leben können? Wird es zur Schule gehen können? Wird es viele Operationen haben müssen? Wird es leiden? Wird es Schmerzen haben? Das sind die Dinge, die die Eltern interessieren. Nach Fehlbildungen beim Kind lassen mittlerweile fast alle Schwangeren suchen. Wenn sie dabei nicht wirklich wissen, worum es bei den Tests geht, kann das für das Ungeborene und seine Eltern fatal enden. Wir brauchen eine umfangreiche Information der Schwangeren vor der Inanspruchnahme jedweder Tests zur Überprüfung genetischer Eigenschaften des Kindes. Und das kommt in unserem System zu spät. Häufig werden Handzettel im Wartezimmer ausgegeben, wo die Patienten selber sich Informationen letztendlich durchlesen dürfen. Aber Risiken und Chancen, was bringt eigentlich diese diagnostische Untersuchung, das wird doch in vielen Fällen nicht in der Form gemacht, wie es eigentlich notwendig wäre. Die Leute möchten ein gesundes Kind, kriegen ein Paket und zahlen dafür. Und damit ist im Grunde der Gedankengang abgeschlossen. Aber die Wirklichkeit ist natürlich, wenn ich Geld bezahle, ist das Kind nicht automatisch gesund. Und alles, was dazwischen liegt, das bedarf wirklich einer intensiven Aufklärung. Das fängt damit an, was heißt denn eigentlich Down-Syndrom? Viele wissen das gar nicht. Juliana kurz vor der Aufführung. Auf dem Programm steht Mongopolis. Mami! Okay, und du weißt, du musst bei dem ersten Tanz richtig die Anführung machen, ganz deutlich die Bewegung runter, zum Glück und so weiter. Okay, meine Liebe, dann wünsche ich dir. Ich freue mich. Meine Damen und Herren, Sie sehen jetzt die perfekte Geburt in meiner Klinik. In Mongopolis geht es um die Abschaffung von Menschen, die das Down-Syndrom haben. Oder wie viele sagen, die am Down-Syndrom leiden. Was eigentlich stimmt das gerade, ist, wir leiden gar nicht über diese Behinderung. Wir leiden eigentlich nicht, wir sind bloß, ähm... Anders. Anders. Genau, wir sind anders. Anders. Anders, normal. Okay, Behinderung ist da, aber trotzdem, wir sind aber auch normale Menschen, die eigentlich dazugehören. Und wenn irgendjemand sagt, oh, hm, du bist spät, du hast nichts, wollen wir auch was können? Wir stehen ja den ganzen Tag hier auf der Bühne und arbeiten auch. Den neuen Bluttest empfinden hier viele als Angriff auf ihr Lebensrecht. Da kommt was mit deinen Armen. Willst du das haben? Nein! Mich macht es enorm traurig und auch wütend. Und wir kämpfen auch irgendwie mit allen Mitteln und sagen, guckt sie euch an, seht, was das für Menschen sind. Denn letztlich ist das ein Verbrechen. Es ist eine Art Menschen, die besonders sind, die auch zu definieren sind über dieses Down-Syndrom, über die Trisomie. Und die gibt es einfach dann nicht mehr. Ich finde das unerhört, das gab es in der ganzen Menschheitsgeschichte nicht, dass einfach eine Art Mensch, wenn man so will, ausgerottet wurde. Aha, ich vermute, Dr. Daumann da. Der hält Ausschau. Ich hält Ausschau. Nach Unperfekten. Nach Unperfekten. Und wenn er krank und schwächliche Exemplare findet, erleichtert er ihnen den Tod. Erleichtert er ihnen den Tod. Wenn ich es bei Juliana damals gewusst hätte. Also, tja. Nee, ratlos. Schon ratlos. Ja, wenn ich es damals gewusst hätte, hätte ich Moritz nicht bekommen. Ich war gerade Schauspielerin geworden. Und das endete ja dann auch. Das ist ganz klar, so einen Beruf kann man da nicht weiter ausüben. Jedenfalls damals im Osten nicht. Aber ich wusste auch wenig. Ich wusste einfach wenig. Mit meinem Wissen heute hätte ich das Kind bekommen. Werden künftig wirklich kaum noch Kinder mit Down-Syndrom geboren werden? Vieles deutet darauf hin. Davon ist auch Wolfram Henn überzeugt. Er ist Humangenetiker und in der Ethikkommission der Bundesärztekammer. In seiner Vorlesung an der Universitätsklinik des Saarlandes erklärt er den Medizinstudenten nicht nur, wie es zum Down-Syndrom kommt. Er diskutiert mit ihnen auch die Auswirkungen der Pränataldiagnostik. Dafür spielt er mit den angehenden Ärzten durch, welche konkreten Folgen der neue Bluttest auf Down-Syndrom absehbar haben wird. So, was würde es bedeuten, wenn dieser Test routinemäßig jeder Schwangeren empfohlen und auch von der Kasse bezahlt würde? Es wird sich natürlich eine Dynamik ergeben, dass sehr, sehr viele, die allermeisten Schwangeren, diesen für sie risikolosen Test in Anspruch nehmen würden und dann am Ende beim Schwangerschaftsabbruch rauskommen würden. Mit der Folge, dass tatsächlich kaum noch Kinder mit Down-Syndrom auf die Welt kommen. Dann entwickelt sich Medizin natürlich zu einer, ich zitiere jetzt mal einen Begriff, Rasterfahndung auf bestimmte Behinderungsformen. Und das ist etwas, was es in der Medizin bislang nie gegeben hat, dass von ärztlicher Seite mit, in dem Fall ganz modernen technischen Methoden, versucht wird, die Geburt von Menschen mit einer bestimmten genetischen Eigenschaft, wenn es eben in die Gesamtpopulation hineingeht, dann flächendeckend zu verhindern. Das ist eine völlig neue Art von Medizin, über die wir uns schon Gedanken machen müssen. Die neue Technologie macht es möglich, dass wirklich alle auffälligen Kinder gefunden werden. Ist das gewünscht? Sollte die Krankenkasse die Kosten dafür übernehmen? Ethisch eine heikle Frage. Denn einmal entdeckt, werden bei uns über 90 Prozent der Kinder mit Down-Syndrom abgetrieben. Alexandra und Marco wollten nicht wissen, ob sie möglicherweise ein behindertes Kind bekommen. Sie sind seit einer halben Stunde im Geburtshaus. Es ist zwei Uhr in der Nacht. Die Wehen haben eingesetzt. Hebamme Sabine ist zufrieden. Das Kind liegt gut. Alexandra soll sich etwas bewegen. Es ist ihre dritte Geburt. Aber, anders als erhofft, wird es wohl keine schnelle werden. Über Stunden, Ruhephasen und dann wieder Wehen. Alles läuft gut. Bis es plötzlich Probleme gibt. Das Kind hängt fest. Alexandra verzweifelt fast. Halt, 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 stopp. Ganz ruhig. Nicht erschrecken. Halt, 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 halt. Halt, halt, halt. Hallo, hallo, hallo. Habamme Sabine bleibt ruhig. Aber bekommt das Kind jetzt noch genug Sauerstoff? und rück und bein hoch und noch mal über die nabelschnur ist der kleine carlo während seiner anstrengenden geburt offenbar gut versorgt worden keine anzeichen für einen sauerstoffmangel durch geburtskomplikationen können schwere behinderungen entstehen ein risiko dass sich mit keiner vorgeburtlichen untersuchung wirklich beherrschen ist überhaupt können verfahren wie der neue bluttest in wahrheit nur sehr wenig gegen das risiko einer behinderung beim kind ausrechnen wie verbreitet sind behinderungen in deutschland eigentlich von 100 menschen wie viele sind da schwer behindert haben anspruch auf einen schwerbehinderten ausweis 23 es sind knapp neun das sind über sieben millionen menschen in deutschland und ein blick auf diese gruppe ist aufschlussreich von 100 schwerbehinderten wie vielen ist die behinderung angeboren gerade mal vier kommen mit ihrer behinderung auf die welt die meisten behinderungen sind nicht angeboren man erwirbt sie vielmehr im lauf des lebens natalia und michael gut zwei wochen nach der fruchtwasserpunktion diese sorgen sind noch da weil ich habe noch kein ergebnis die sorge dass bei dem kind eine genetische abweichung eine behinderung gefunden wird wie etwa das down syndrom wenn es wirklich krank dann muss ich wahrscheinlich meine habe meinen abbruch so gedanken machen und natürlich versuche ich irgendwie also mich nicht mit dem kind also so stark binden sage ich ihre ganze hoffnung ruht jetzt auf diesem brief das ergebnis der fruchtwasser untersuchung michael hofft dass es ein gesunder junge wird vergeblich das habe mir lange gedacht was steht da drin ein gesunder mädchen kommt weil ich habe gedacht da kommt eine junge und viele sind also sofort sofort eine erleichterung spiele ich nur eine erleichterung und dann aber vermutlich bereits mit dem bluttest antwerpen in belgien hier boomt der neue bluttest bereits hauptgrund kein risiko dass das kind durch die funktion der fruchtblase gefährdet wird die fruchtwasserpunktion ist ein auslaufmodell sagt patrick willems der arzt bietet nicht den präner test sondern eine billigere amerikanische version des bluttests an vorbereitung auf einen normalen arbeitstag die patienten kommen wir reden etwa 15 minuten über den test dann gehen sie runter zur blutabnahme sie nehmen so eine box mit den blutröhrchen die können wir dann direkt per express ins labor schicken das sind die patienten so wir können loslegen das geschäft läuft offenbar gut die paare kommen aus frankreich belgien den niederlanden ja ich bin 39 und ich habe schon eine kleine zuhause von zwei und wegen der lebzeit und eventuelle fehlgeburt mit anderen testen haben wir dafür deswegen sind wir hier und ja wenn es gibt wenn es nicht gut ist ja das ist hart aber man ist egoistisch und deswegen sind wir hier weil wir möchten das einfach gerne wissen während sie zur blutabnahme gehen ist schon das nächste paar bei der kurzen beratung meine schwester hat das down syndrom und ich möchte wissen ob mein kind das auch hat und wenn es so ist würden wir abtreiben weil es ist sehr schwer als eltern ich habe das so oft gesehen und ich möchte das nicht ich möchte so ein kind nicht in ganz deutschland werden derzeit pro woche gerade mal rund 120 präner tests gemacht diese eine praxis in antwerpen macht genauso viele es wird noch mal kontrolliert ob der name stimmt und ob es genug blut ist für den fall haben wir noch eine reserve hier und dann geht es per flugzeug direkt nach kalifornien weltweit ist das schon jetzt der wichtigste test mehr als 2000 frauen nutzen ihn täglich und die mehrheit der frauen nutzt ihn wegen dem down syndrom weil das ihre hauptsorge ist aber auf lange sicht wird es sicherlich eine viel umfangreichere untersuchung werden das ist kein fernes zukunftsszenario rein technisch gibt es kaum grenzen der blut test auf down syndrom ist dann noch vergleichsweise primitiv schon jetzt ist es technisch möglich bei einem ungeborenen kind alle chromosomen zu untersuchen also das gesamte erbgut ohne das kind durch einen eingriff zu gefährden einfach mit einer blutprobe der schwangeren in deren blut finden sich alle bausteine des kindlichen erbguts diese puzzle teile richtig zu sortieren ist zwar noch recht aufwendig aber es ist machbar und forschern bereits mehrfach gelungen in wenigen jahren schon dürfte das ein routine verfahren sein mit gewaltigen auswirkungen wenn das gesamte erbgut des ungeborenen zur verfügung steht kann es auch komplett untersucht werden was wenn das kind etwa das brustkrebs gen trägt 80 prozent wahrscheinlichkeit für eine brustkrebs erkrankung im späteren leben oder eine veranlagung für darmkrebs alzheimer diabetes übergewicht schwangerschaftsabbruch bei vielen auffälligkeiten im erbgut wird zudem nicht klar sein ob sie überhaupt konkrete auswirkungen haben untersuchungen auf krankheiten die erst spät im leben auftreten wie die handdenken krankheit sind bei uns an ungeborenen verboten weltweit werden sie trotzdem angeboten werden die zukunft die schöne neue welt sie hat von vielen unbemerkt längst begonnen ich fürchte dass wir als deutsche ärzte auch wenn wir das nicht begeistert aufnehmen irgendwann dann auch solche zettel auf den tisch bekommen werden wo es heißt ich habe eine blutprobe in die usa geschickt oder nach island oder nach russland oder wo das dann gemacht wird und jetzt heißt es mein noch ungeborenes kind hat ein fünffach erhöhtes risiko für darmkrebs und könnte etwas wahrscheinlicher alzheimer bekommen als ein anderes kind dafür ist es relativ musikalisch jetzt bin ich völlig verzweifelt was soll ich mit meiner schwangerschaft anfangen das wird auf uns zukommen diese entwicklung wird sich nicht aufhalten lassen wir können nur entscheiden wie wir damit umgehen für den einen ist es richtig alles genau wie sie zu wollen und er kann sich dann irgendwie vielleicht eine liste abhaken die ihn dann so beruhigt dass er einen sehr positiven schwangerschaftsverlauf dadurch hat man muss seinen eigenen weg finden und das wird der richtige weg dann sein für uns war es der richtige weg den richtigen weg finden für eltern wird das künftig schwieriger werden angesichts der verlockung schon so vieles über das kind vor der geburt erfahren zu können so so Untertitelung des ZDF, 2020